Wir machen heute eine Weihnachtsgeschenkaktion in dieser schwierigen Zeit, wenn wir unsere Mitarbeiter beschenken. Wir wissen es noch nicht, es ist ein Geheimnis, wie immer, lassen wir uns das einfallen, um unseren Mitarbeitern was Schönes zu gönnen. Danke, dass ihr heute hier seid. Im Namen unseres Unternehmens wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Das ist ein kleiner Gruß des Hauses für die ausgefallene Weihnachtsfeier. Danke Darius, wo ist er da? Danke Thomas, wie immer, für die tolle Vorbereitung. Ein frohes Weihnachtsfest, auch an meine Lieben in den Standorten. Frohe Weihnachten, feiert schön mit euren Lieben zusammen und auf das neue Jahr. Und immer denkt dran, ab 31. Dezember fängt wieder der 1. Januar an. Every day is day one. Frohe Weihnachten! Lieben, ein frohes Weihnachtsfest. Danke, dass ihr da seid. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! So, wir melden uns wieder von Cosatec TV und werden jetzt unsere Logistikmitarbeiter mit unseren Weihnachtsengeln und unserem Weihnachtsmann überraschen. Es gibt ein paar schöne Geschenke, Prosecco, Orangensaft und viel Freude in dieser schwierigen Zeit. Cosatec Roots! Das heißt, heute ist ein Tag, wo wir gleich essen. Petsi kocht für uns heute. Wir haben ja leider keine Weihnachtsfeier durch die Pandemie. Wie dankbar ich bin, dass ich so tolle Leute habe wie euch beide. Und ihr macht das wirklich gut. Wir haben die neue Halle sehr erfolgreich am Start gemacht. On time! Das war wirklich 10 Monate Vorbereitung. Und das funktioniert alles. Ihr merkt jetzt schon die Entlastung hier in dem Bahneingang. Also wir verteilen die Arbeit sozusagen. Wir skalieren natürlich weiter. Wir wollen weiter erfolgreich sein. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020